ich kann mich nicht entscheiden eine mene muh und raus bist du okay dann wird es heute etwas stürmisch willkommen in den open klötzchen scheune mein name ist blog star und freunde nicht erschrecken dass der blog sollte ganze in schwarz daher kommt ich habe mich einfach so angezogen wie eine minifigur aus dem set dass ich heute mit euch reviewen möchte nämlich die 2584 aus der historik collection world war 2 die aktuellste limited edition unseren spur mörser tiger mit dem klitzeklein ladung träger goliath unseren sturm mörser tiger den sturm tiger freunde ich lade euch ein jetzt mit mir auf den bautisch dann können wir uns den inhalt dieses herz genauer angucken ein großes im maßstab 1 zu 28 und natürlich haben wir hier eine menge fakten zu erleben also steigt ein in euren panzer und dann sehen wir uns hier auf dem bautisch dann schauen wir uns das alles was ich hier habe genau an ja freunde da haben wir die 2584 auf den bautisch 1261 teile schwer mit drei minifiguren zwei soldaten hier in dem späten tarnfarben des zweiten weltkriegs und einmal einen herrn der panzer besatzung unseren sturm tiger und den kleinen ladungsträger goliath genauer natürlich den sturm mörser tiger in der limited edition und ihr könnt ihr jetzt schon mal unten die video beschreibung in die gucken und die kommentare euch da verewigen mit welcher nummer hier meine limited edition wohl gesegnet ist ich bin gespannt was ihr denkt natürlich im maßstab 1 zu 28 und wir haben hier die raketen artillerie und was ich euch verraten kann natürlich auch wieder einen baubaren motor ich bin sehr gespannt auf dieses set ich habe euch schon mal den vorgänger vorgestellt findet ihr oben hier auf dem i auf der kobe playlist das war schon ein schönes set deswegen freue ich mich umso mehr um eine neuauflage im maßstab 1 zu 28 schauen wir uns die rückseite an dieses coolen set da sehen wir das natürlich hier wieder die mp 40 von unseren beiden panzer grenadieren hier aufgeführt wird beziehungsweise das maschinengewehr 34 wir haben hier original fotos unseres sturm mörsers und des ladungträgers wir sehen dass wir hier wirklich fast die raketen artillerie von oben mit dem kran einladen können wie es im original war sehr kompliziert wir können den motor natürlich wieder ein und ausbauen fakten bekommt ihr gleich bei den infokarten und ich glaube der wichtigste fakt den wir sehen wollen freunde ist was sich in diesem schweren karton verbirgt und das zaubern wir jetzt einmal heraus liebe freunde ja freude da haben wir den inhalt auf den bautisch gehackst und ich kann euch sagen wir haben 1234 bautüten dreimäßig volle und eine halb bis ein drittel volle die tüte vier mit schönen kobe steinen hier ist unser zertifikat und freunde ich kann es euch sagen es ist eine coole aber sehr hohe nummer nämlich die 800 wer hat es erraten der schreibt bitte mal in den kommentaren hier natürlich haben wir hier wieder unser geläsertes typen schuld einmal für den malwach motor und über unseren sturm tiger beziehungsweise sturmörser tiger und den ladungsträger goliath natürlich wieder hier unten unterschrieben vom chef von kobe der meiner meinung nach den besten job der welt hat ja schauen wir uns mal nicht die tüten an sondern das wichtigste die bauanleitung die hier sehr schwer daherkommt in europa gedruckt und hergestellt alte empfehlung ab zehn jahren ich würde sagen wahrscheinlich auf dem ersten blick vom bauch heraus würde ich elf zwölf eher sagen die limited edition und natürlich haben wir hier keine sticker alles bedruckt klammer gebunden ist klar seht ihr den a4 wir haben natürlich wie immer bei kobe anleitungen eine kleine legende dass wir sehen welche steine wir nehmen welche brackets welche slopes und wedges und so weiter und ihr seht mit der tüte 1 fangen wir an zu bauen die reißen wir auf machen häufchen verteilt in schädchen sortieren es nach farben nach form wie immer ihr das wollt und dann ist der aktuelle baustritt immer farblich seht ihr hier die 1 und dann hier die 2 ist farblich während die 1 der schritt davor wieder ausgegraut ist und so zieht es sich durch in diesen abgerundeten rechtecken sehen wir die steine die wir brauchen und feile weisen uns den weg hier dass wir was drehen müssen aufstecken und so weiter wir haben auch weiterhin immer mal wieder kleine legenden dass wir sehen was wir vivo anheften sollen hier seht ihr es zum beispiel und auch wenn wir etwas drehen wollen oder es gibt detail ansichten richtig fertig sind wir dann mit den baustab 297 zeige ich euch wenn wir hier den motor in das fahrzeug stecken oder rausnehmen wie immer ihr das wollt auf den letzten seiten habt ihr dann immer eine teilübersicht und seit neuestens eine kleine anleitung über die minifiguren zusammenbaut und sollte euch ein teil fehlen denn das kann schon mal vorkommen auch bei so einem premium hersteller wie kobe könnt ihr es auf dieser webseite url könnt ihr es dann monieren und das geht eigentlich relativ fix wenn ich da noch mal eine video drüber machen sollte schreibt gerne meine kommentare dann gibt es immer ein bisschen werbung diese beiden fahrzeuge habe ich euch vorgestellt seht ihr hinter mir im regal und findet ihr hier oben auf dem i auf der kobe playlist sowie natürlich auch hier diese sets teilweise schaut einfach mal vorbei und lasst dann auch gerne mal kommentare freunde aber jetzt ist wichtig auf den platz wichtig für euch auf die ohren gibt es tolle fakten und für mich jetzt hier tolle tüten zum aufreißen und richtig coole kobe steine so hoffe ich zu klemmen ich habe gehört hier gibt es den neuen ein oder anderen interessanten stein schauen wir mal also freunde bis gleich speed bildzeit ist faktenzeit der sturm tiger sturm mörser tiger sturm panzer 6 das gerät 817 der geschützwagen 606 schräger 9 oder 38 cm raketenwerfer 61 auf sturm mörser tiger war wie es seine vielen namen vermuten lassen ein ungewöhnlicher umbau eines tiger 1 panzers um ein raketen gestütztes schweres projektil gegen massive ziele abfeuern zu können diese ziele konnten im direkten angriff also im sturm bekämpft oder aber aus der sicheren entfernung bei einer reichweite von bis zu sechs kilometern im steilfeuer unterstützung bieten der 380 mm mörser war ursprünglich für die kriegs marine entwickelt worden um ihn auf u-booten einsetzen zu können somit quasi ein direkter vorfahre aller ballistischen u-boote der neuzeit die kriegs marine verwarf diese idee und der mörser hatte seine bestimmung als landwaffe gefunden der einzige passende unterbau war der eines panzer 6 also des tiger 1 ist die wehrmacht führung hatte eine solche waffe für die ost von gefordert um dort mit mindestens einen kaliber bis 210 mm ziele im steilfeuer angreifen zu können aber es wurde auch ein mobiles gerät gefordert um mit der beweglichen front mithalten zu können der sturm mörser tiger sollte hoffnungsvoll diese bedingungen erfüllen wie bei so vielen deutschen rüstungsprojekten der zeit erfolgte die produktion ab august 1944 bei alcat aber viel zu spät kontrakt zum verlauf des krieges und eine offensive einsatzdoktrin war nicht mehr möglich die wehrmacht war an allen fronten in der defensive die altmärkischen kettenwerke also kurz alcat verwendete ein basis des tiger ausführung e auf dem ein neuer kastenaufbau mit angeschrägter panzer gebaut wurde ähnlichkeiten mit dem jagdpanther sind rein zufällig der raketenwerfer 61 wurde auf einen kugelgestell leicht schräg versetzt montiert der mündungskranz hatte eine reihe von löchern die die raketengase ableiten sollten im inneren des kastenaufbaus konnten zwölf projektile verstaut werden weitere keten konnten mit einem angebauten kleinen handgetriebenen kran aus einem versorgungsfahrzeug gehoben und durch die dachluke in das innere des fahrzeugs gesenkt werden der kran war hinten an den aufbau montiert die handhabung der projektile war eine gefährliche angelegenheit deshalb wurde ein weiteres windensystem im inneren verbaut um die granaten beim laden zu bewegen es gibt diverse quellen mit unterschiedlichen produktionszahlen von bis zu 81 produzierten einheiten aber die meisten die mir für diesen text hier vorlagen nennen eine zahl von um die 18 sturmtigern diese versahen ihren dienst in drei verschiedenen sturmmörser kompanien hier spielten ihre riesigen mörser aber eher eine rolle bei der verteidigung deutschlands als beim angriff einen der letzten einsätze vor der sturm tiger mit der sturmmörser kompanie 1001 um den 9 april 1945 in der nähe von drolshagen bei olpe in nordrhein-westfalen dort sollte mit dem 38 zentimeter mörser der kirchturm geschossen werden der panzerkommandant oberstleutnant doll weigerte sich aber diesen aus ihrer sicht sinnlosen befehl zum schaden der zivilbevölkerung durchzuführen man entschied sich die amerikaner im offenen gefecht zu stellen auf den weg dorthin riss aber eine der ketten des fahrzeuges was für so ein 60 tonnen monstrum das einsatzfähige aus bedeutet ja freunde und auspasst auch ganz gut die faktenzeit ist jetzt zu ende euch viel spaß beim review und schaut euch nach dem review noch gerne einmal die fotos an ich habe die figuren und das fahrzeug noch einmal in szene gesetzt fakten zum goliath bekommt ihr dann bei den detail fotos und liebe freunde wir sprechen natürlich gleich beim review des kobe sets 2584 auch über die 2585 die in anführungszeichen normale version unseres sturm mörsers tiger ja freunde euch dann jetzt viel spaß beim klemmbauschein review und ihr wisst dran bleiben denn es gibt heute sogar noch mal fakten 2 für unseren kleinen ladungsträger nach drei stunden und 45 minuten bauzeit steht er da unser sturm tiger das kobe set 2584 aus der historik collection world war two der sturm tiger mit den goliath in der limited edition in maßstab 1 zu 28 drei stunden 45 es geht vielleicht etwas schneller aber freunde ihr habt vielleicht im speed bett gesehen ich hatte massive probleme mit dieser geschichte hier vorne mit der front und da steigen wir gleich ins review ein ich habe müssen wir hier mal markiert das ist nämlich hier der bau step 149 ich mache mal kurz mein postet weg dann zeige ich es euch indem man nämlich hier vorne den teil der wanne mit drei noppen schräg unter die wannen front packt und das hält bei mir absolut gar nicht freunde nur gucken nicht anfassen ist die devise und was ich auch gleich sagen kann wo man ein bisschen aufpassen muss das ist der bau step 141 bzw die bau steps hier mit der seitenverkleidung da muss man wirklich aufpassen dass man hier wirklich die hinges an die bracket sauber an bringt und nicht gegen drückt zeige ich euch gleich wollte ich nur kurz darauf eingehen denn sonst habe ich hier mit der anleitung überhaupt kein problem ihr habt ja infos karten gesehen auch 22 2585 der kommenden normalen version unsere sturm tigers da noch ein hinweis bei dem sind dann die köpfe hier unserer granaten bzw raketenkartuschen nicht bedruckt sondern ganz normal grün das noch als hinweis anleitung geht zur seite ich habe euch ja gezeigt ich habe die 800 als zertifikat und hat mir hier ins zertifikat reingelegt die steine die ich über hatte eine ganze menge und ich weiß gar nicht ja wo ich diese fließe hier über habe ich habe paar mal nachguckt keine ahnung auch hier diesen slope habe ich irgendwie über und dann ganz viel bügelperlen und ein kettenglied ja schauen wir uns kurz an was wir haben wir haben unseren kleinen goliath unseren ladungsträger fakten hierfür zum ladungsträger bekommt ihr gleich noch einmal wenn ich hier eine bilder show bekommt über all das was wir hier stehen haben wir haben hier die kette wir haben hier oben wahrscheinlich die steuerung mit dem kabel hier hinten eine stange und wir sehen ein bisserl hat er hier die form hat er wirklich gehabt wie so ein kleiner modell mark fünf panzer aus dem ersten weltkrieg ich finde es ziemlich cool wenn das teil auch etwas naja nicht so erfolgreich war drehen lassen sich die ketten auch ganz gut wir haben hier diese kobe aksteine on top also mit bügel perlen finde ich ziemlich cool also wirklich ein nettes kleines teil und wir haben graue ketten wobei so kleine ketten zu klemmen das macht nicht so viel spaß ihr kennt das ja dann haben wir natürlich wieder eine maybach motor und ja ich komme mir da schon vor wie ein fabrikarbeiter früher bei maybach ich habe jetzt hierbei kubi schon sehr sehr viele maybach motoren gebaut natürlich haben wir hier wieder ein laser geprintetes teil hier vorne und den stand für den motor ich finde aber cool dass er wirklich tolle druck haben mit diesen scheiben und auch hier oben zylinder und so gefällt mir richtig gut können wir auch verbauen zeige ich euch gleich dann natürlich das typen schild sowieso für unseren sturm mörser tiger den sturm tiger mit den goliath und ihr seht hier meine 800 typischer hier auf so einen schwarzen black einen schwarzen hinge schwarzen egger aber nicht ja die farbe schwarz aber da kommen wir jetzt hier zu unseren panzer fahrer beziehungsweise panzer mit besatzungs männchen hier das passt nicht ganz gut schwarze hose graues oberteil kann man sogar fast neutral benutzen er guckt freundlich daher schwarze m43 feldmütze und einen amerikanischen maul schlüssel würde ich mal sagen aber ist eine tolle figur dann haben wir hier unsere grenadier mit diesen späten tarnmuster des zweiten weltkrieges hier patronen taschen bedruckt die hose schön bedruckt unsere mp 40 den helm auch ziemlich cool bedruckt wir sehen auch hier sogar die helmschlaufe der herr guckt etwas grimmig drein und wir haben hinten auch den y riemen gasmasken behälter wasserflasche und von hinten auch schön bedruckt also wirklich eine tolle figur und nach last but not least unseren mg schützen ich hier mit dem mg 34 den schuhen den feldschuhen mit gamaschen dann haben wir hier die feldhose und wir haben auch hier eine überwurfjacke hier mit den tarnmuster wir haben diesen helm schön bedruckt auch von hinten schön bedruckt mit y und riemen und patronen gurt und im gesicht auch dann mit dreck bzw getarntes gesicht also wirklich tolle minifiguren dafür hat sich für mich der preis gelohnt bei limited editions muss man halt schnell sein kann ich euch wirklich empfehlen wenn ihr euch für welche entscheidet dann guckt dass ihr den frühbucher preis bekommt jetzt kostet das ding ja um die 110 euro und das ist dann schon etwas anderes als der preis den ich bezahlt habe in dem frühbucher bzw pre order ich hole jetzt mal unser fahrzeug her und ich kann euch sagen es rollt relativ gut ihr seht es das finde ich klasse ich habe es euch gesagt fast bloß nicht hier vorne an sonst finde ich ziemlich cool gemacht weil wir hier vorne auf hinges auch so eine schräge haben und somit also hier diesen teil und somit hier wirklich eine gute form hinbekommen wir haben auch hier ein neues formteil für unseren raketenwerfer und wir haben und das ist richtig cool hier meine ich ganz neue antriebsräder mit einer anderen zapfentechnik also das ist wirklich ein highlight an diesem fahrzeug ich fasse jetzt trotzdem an um es euch zu zeigen ich schiebe mal das ganze kleinkram hier an die seite und dann gucken wir uns das fahrzeug von vorne einmal an beziehungsweise erst von vorne ich habe es euch gesagt hier nicht anfassen da seht ihr hier schön diese ja bolzen stang technik dass wir so eine art dann doch eine hingeform hinbekommen damit wir es hier schön schräg hinbekommen hier diese neuen räder die mit einem kleinen dreieck zapfen quasi auf die hinteren räder drauf gedrückt werden nicht mehr mit so einer halb kranz technik finde ich ziemlich cool schön auch dass wir hier farblich diese schachtel auf weg vom tiger haben wir haben hier überall dieses efeu nenne ich mal wir haben viele drucke hier dann das balkenkreuz hier oben ein okular hier haben wir eins gebaut wir haben vorne das maschinengewehr da haben wir noch sichtluken und hier auch so einen bolzen und das balkenkreuz und von hinten haben wir auch noch mal diese typische kurbel zum vorwärmen des motors wir haben hier sein schönes bedrucktes teil was von oben so ein bisschen aussieht wie ja das es geschieht was man kennt von der bundeswehr zum beispiel und wir haben hier noch ein kleines balkenkreuz und was ich euch gesagt habe ich hier schön bedruckt achtung feuchtigkeit empfindlich vor regen und wasser zu schützen unsere granate für den raketenwerfer also ein schönes fahrzeug per se nur nicht anfassen also dollar anfassen von hinten ganz cool hier ist der motorraum mit seiner schönen klappe können wir ganz gut aufmachen da können wir den motor dann versenken das zeige ich euch jetzt mal ich stelle ihn hier hin wir können die rakete hier zur seite schieben die munition wir klappen hier die klappe auf die ist relativ locker für mich aber gut und dann seht ihr hier vielleicht schon das wackelt wir können nämlich hier auch die motor abdeckung wegnehmen so haben wir die klappe an diesen zwei seiten teilen noch hier befestigt auch mit so einer schönen balken schloss konstruktion dann haben wir den motorraum von innen hier da ist mir der jumper lose gegangen na komm raus so und hier können wir dann auch unseren maibach motor versenken das zeige ich euch jetzt einmal bekommt ihr aber bei den detail fotos auf jeden fall auch noch einmal gezeigt so und schon ist unser maibach motor im panzer versenkt finde ich ziemlich cool ich packe das mal zur seite wir haben hier noch unseren kran den wir auch sogar abnehmen können falls er uns stört hier einfach abbauen da können wir ansetzen ist ja wirklich so gewesen dass dieses fahrzeug von oben ja beladen werden musste in den innenraum in den raketenwerfer zeige ich euch jetzt hier ist eine klappe man kann ich hier diese klappe wegnehmen dann kann man es ein bisschen darstellen aber viel cooler ist wir nehmen wir alles weg und dann haben wir den tollen innenraum dieses fahrzeugs wir sehen da wir haben einen fahrersitz mit lenkrad wir haben hier quasi wo wir unsere granate mit den kran reinlegen können so können wir so tun als wenn wir das fahrzeug wirklich munitionieren und richtig cool ist hier dieses funkgerät und dass wir an den seitenwänden mit zu haltern jeweils links und rechts zwei unserer raketen munition hier haben da auch also wirklich vom innenraum her richtig cool wir haben da kisten wir haben den fahrersitz wir haben hier einen einmal zweier fliesen stein mit noppen und ganz cool halt hier sogar angedeutet das rohr beziehungsweise da das funkgerät und hier eine klappe wo wir auch in den innenraum gucken könnten also alles an sich ein cooles fahrzeug und ja hier man kann es sogar auch ein bisschen ab und an lassen wir haben ja hier diese kordel damit können wir jetzt auch drehen so ich zeige es euch so kann man dann die munition auch runter lassen oder wieder hoch kurbeln ist ein bisschen frickelig weil hier sitzen ist nur gesteckt kann auch abgehen muss man wieder aufpassen aber an sich per se für dieses fahrzeug genau das was es sein soll funktion ist gehabt ist gegeben vorne das mg noch und von unten es fällt mir jetzt wahrscheinlich alles raus aber ich will euch von unten noch mal diese typische bautechnik zeigen die wir ja kennen hier dieses auf der seite liegende bauen mit hier den noppen da den noppen mit den vielen brackets und den dünnen bauregnungsumkehr steinen die seht ihr hier die nach oben und nach unten noppen haben einfach klasse dieses fahrzeug ist ein fahrzeug was zu 80 prozent beim bau richtig richtig fun gemacht hat was richtig spaß gemacht hat bis es dann halt hier vorne ging wo ich hier anfassen musste und mir alles auseinander gebröselt ist ihr bekommt jetzt eine menge detailbilder und auch noch mal drei minuten fakten zum kleinen goliath also alles gegeben für ein richtiges review und dann schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen liebe freunde wie immer an dieser stelle und die getreuen zuschauer wissen es gibt es detailbilder damit man sich selber einen eindruck verschaffen kann vom sturmmörser 38 cm den sturm tiger beziehungsweise dem goliath den es ja in der limited edition in der 2585 dazu gibt freunde lasst uns aber noch kurz über den goliath sprechen es gibt heute noch einmal fakten on top der ladungsträger goliath auch bekannt als goliath panzer oder goliath vermiedungsfahrzeug war eine ferngesteuerte panzer abwehrmine die von deutschland während des zweiten weltkriegs entwickelt und eingesetzt wurde die offizielle bezeichnung lautete leichter ladungsträger goliath sonder kfz 302 303 a und 303 b diese innovative aber letztlich nur begrenzt effektive einheit wurde entworfen um durch seine explosionen befestigungen panzer oder andere ziele aus der ferne zu zerstören es gab zwei hauptvarianten des goliath eine elektrisch betriebene version das sonder kfz 302 und eine später entwickelte version mit einem verbrennungsmotor das sonder kfz 303 a und 300 b die elektrische version wurde zunächst entwickelt und hatte einen elektromotor während die späteren modelle einen zweitakt benzin motor von zündapp mit 12 ps verwendeten die elektrische goliath war teuer und kompliziert in der herstellung weshalb die produktion später auf die kostengünstigere und einfach so produzierende benzin betriebene variante umgestellt wurde die abmessung des goliath war relativ klein was ihn schwer zu entdecken machte er war etwa 1,5 meter lang 0,85 meter breit und 0,56 meter hoch mit einem gewicht von ungefähr 360 kilogramm für die elektrische version und 430 kilogramm für die benzin betriebene version die ladung bestand aus 60 bis 100 kilogramm sprengstoff was ausreichend war um panzer schienen brücken und andere befestigung zu zerstören bzw ja zu beschädigen der goliath wurde über ein kabel ferngesteuert das bis zu 650 meter lang sein konnte der bediener benutzte ein steuergerät um den goliath zum ziel zu lenken und dort zu detonieren diese kabelverbindung war jedoch auch eine schwachstelle da das kabel durch feindliche truppen gekappt oder beschädigt werden konnte was den goliath nutzlos machte trotz seiner innovativen konzeption erfüllte der goliath die in ihn gesetzten hoffnungen nicht vollständig seine langsame geschwindigkeit seine geringe panzerung und die anfälligkeit des steuerkabel machten ihn anfällig für beschuss und beschädigung insgesamt wurden etwa 7564 einheiten produziert aber seine effektivität im kampf blieb hinter den erwartungen zurück die alliierten erbeuteten sehr sehr viele neue geräte bei der version der einsatz des goliaths markierte dennoch aber einen wichtigen moment in der militärischen geschichte da er eines der ersten beispiele für die verwendung von ferngesteuerten waffensystem im kampf darstellte die deutschen setzten viele ladungsträger ein unabhängig von goliath auch wenn der goliath in seiner damaligen form nicht besonders erfolgreich war wies er den weg für spätere entwicklung in der kriegsführung und in der nutzung ferngesteuerte und roboter gestützte systeme dies ist ja leider ein sehr aktuelles feld ja freunde jetzt schauen wir zum abschluss noch einmal in die augen ja freunde da ist das review zum sturm mörser tiger schneller zu ende als dass man eine dieser raketen hier vor regen und nässe schützen kann da steht nämlich wirklich klein gedruckt drauf habt ihr vielleicht bei den detail fotos gesehen finde ich ziemlich cool kann man wirklich gut lesen auch für so einen kleinen druck ich habe es euch gesagt dieses hat ist ein 80 20 cent zu 80 prozent hat es mir richtig bock gemacht und ich hoffe ihr habt auch gerade beim review gehört aber dann die 20 prozent das sind die hier vorne fast die bloß nicht an das hier ist ein drei noppen panzer die ausstattung finde ich ziemlich gut über den preis lässt sich streiten wenn wir diesen kleinen goliath dabei haben beziehungsweise nicht dabei haben bei der normalen version ich muss sagen ich habe so viele maybach motoren durch die limited editions ich war neulich im daimler museum in stuttgart und dachte schon so hey irgendwie ist der blog sie auch ein kleines daimler beziehungsweise maybach museum hier mit den extra motoren die kobe bei den limited editions reinpackt beziehungsweise bei den 1 zu 28 sets mir gefällt es an sich ganz gut weil ich jetzt weiß ich schiebe es ins regal vielleicht mal höchstens für euch noch mal hier in den hintergrund und dann fasse ich es nie wieder an das haben irgendwie so ein bisschen diese 1 zu 28 sets von kubi ja an sich wenn ich an den ferdinand denke die ketteln und jagd panther auch fragil mit den schrägen jagdtiger auch also ich finde die sind richtig gut aus datkubi tollen job gemacht aber sie haben alle so ihre abstriche trotzdem höre ich nicht auf die zusammen ich denke euch geht es da ganz genauso und alleine dass der goliath hier noch dabei ist hat richtig spaß gemacht für euch die fakten raus zu suchen was meint ihr schreibt es bitte unten in die kommentare ich würde mich freuen wenn ihr ein bisschen vielleicht mich unterstützen könntet und dieses video und meinen kanal da draußen teilen könnte support ist kein mord und eure reichweite mit meiner reichweite so kriegen wir noch mehr leute an das tolle hobby klemmbausteine und vielleicht die marke kubi ich würde mich freuen in diesem sinne freunde bei einem fahrzeug bleibe ich dabei allzeit gute fahrt auf wieder bauen euer freund der Blockstar